Finden Sie vom Datenchaos zum Datenschatz. Erfahren Sie, wie eine gelungene Datenstrategie Ihren Unternehmenserfolg nachhaltig steigert. Einblicke, Erfahrungswerte und Tipps gibt es von den Datenexperten Michael Jungschläger und Sven Göllner. Wo man vielleicht auch mal um die Ecke denken muss. Mit großer Wirkung. Gute Sache. Bereit zum Durchstarten? Wertgeschätzt, der Podcast. Herzlich Willkommen. Sven von der Bimano hier. Grüßt euch zu einer neuen Folge Podcast Wertgeschätzt. Wie ihr wisst, geben wir immer sehr viel Content. Also deswegen ist ja unser Tenor Creator Value. Jetzt brauchen wir eure Hilfe. Und zwar die Bimano expandiert. Und das nicht so schlecht. Wir suchen händeringend neues Personal. Und deswegen werden wir eine kleine Podcast-Reihe machen. Verzeiht uns da bitte. Wir suchen bestimmte Berufsfelder und werden jetzt einige Folgen direkt hintereinander schalten, wo wir auch diese Stellenangebote vorstellen. Aber was ich heute gerne machen möchte, also ich möchte euch als Community mitnehmen. Und dann baut diese Podcast-Folge eigentlich auf. Das ist die Basis. Und dann würde ich zusammen mit Michael in den nächsten Folgen zusammen die einzelnen Positionen, die wir dazu vergeben haben, genauer mal erläutern. Und wir diskutieren auch mal untereinander, was wir uns da genau vorstellen für Mitarbeiter. Weil wir wollen jetzt einfach weg und nicht klassisch auf unsere Webseite zeigen und sagen, hey, da sind Stellenanzeigen und guck doch mal rein oder das wollen wir nicht. Sondern wir legen uns jetzt offen. Wir zeigen, was die Bimano ausmacht, warum wir das Ganze so machen und was steckt da eigentlich hinter. Und genau, heute diese Folge ist dann tatsächlich eher Bimano intern. Also ihr werdet heute wenig Mehrwerte mitnehmen bezüglich Datenstrategie und Co., sondern es geht leider heute um uns. Wenn euch das nicht gefällt, gar kein Problem, dann scheitert aus. Aber wenn ihr jemanden kennt, der gerade auf der Suche ist in den Bereichen Business Intelligence, Dateningenieur, was haben wir denn noch? Wir suchen auch Data Scientist, weil wir bald ein neues Thema bearbeiten werden. Das werden wir auch in der separaten Folge nochmal vorstellen. Es geht aber noch weiter. Wir suchen nicht nur im IT-Bereich, sondern wir suchen im Marketing-Bereich. Wir suchen im Vertrieb und im Büro-Management. Ihr seht, wir haben einige Stellen zu vergeben und wir wollen das heute so ein bisschen anteasern oder ich werde das heute so ein bisschen anteasern. Und das soll die Grundlage werden, wenn Interessierte aus dem Rheinkreis Neuss kommen, zu sagen, okay, ich suche vielleicht einen neuen Arbeitgeber. Ich möchte eine neue Herausforderung haben. Dann ist es doch mal toll zu erfahren, was macht der überhaupt und was steckt da eigentlich hinter. Und das ist meine Idee heute, weil das macht ja keiner. Wer gibt sich so offen über einen Podcast und teilt das Ganze auch so mit? Und wir steigen auch heute direkt ein. Also, ganz kurz zu uns, Michael Jungschläger und ich haben die Bimano vor fast acht Jahren gegründet, also als klassische GmbH, Bimano GmbH. Und da gibt es einmal eine alte Wahrheit und jetzt eine neue Wahrheit. Was meine ich damit konkret? Die alte Wahrheit ist, wir sind gestartet als Beratungshaus im Bereich Business Intentions. Damals waren wir noch ganz klassisch im SAP-Umfeld tätig. Das heißt, wir haben Business Intentions oder Data Warehouse-Projekte bei Kunden durchgeführt. Das heißt, wir haben solche Systeme aufgebaut mit SAP-Applikationen. Das heißt, Kunden haben uns dann halt gebucht für ihre Projekte und wir haben tatsächlich alles händig aufgebaut. Also, Architekturen entworfen, Fachkonzepte geschrieben, das Ganze dann umgesetzt in die technische Umsetzung gebracht mit einem entsprechenden Berichtswesen drauf. Das war eigentlich unser damaliges Kerngeschäft. Aber, da muss ich dazu sagen, das haben wir, also das war nicht der Grund der Gründung, sondern wir hatten ja immer die Idee, ein Unternehmen zu gründen, was skalierfähig ist, mithilfe einer Software. Und die ist halt parallel entwickelt worden die ganzen Jahre, sodass wir 2019 eine zweite Gesellschaft gegründet haben. Das war die sogenannte Bimano Cloud Solutions. Und da haben wir halt die sogenannte Bimano Cloud entwickelt und vertreiben diese auch. Das heißt, wir haben jetzt tatsächlich vor ein paar Jahren den Wandel geschafft. Das heißt, wir sind weg von der Beratung. Das heißt, man kann uns da auch gar nicht mehr buchen. Wir haben noch ein, zwei Bestandskunden, die uns natürlich die ganze Zeit auch unterstützt haben. Klar, umgekehrt ja genauso, aber die lassen wir jetzt auch nicht fallen. Aber für alle Neukunden keine Chance, ihr könnt uns nicht mehr in Form von Beratung buchen, sondern immer nur im Kontext der Software oder unserem Coaching. Das bedeutet, wir bieten auch ein Coaching an für unterschiedliche Bereiche. Das heißt, einmal für das Analytics, wie baue ich zum Beispiel Berichte auf, auf was muss ich achten. Dann nutzen wir halt die Klassiker wie Microsoft Power BI oder ein Tableau. Da haben wir eine Akademie entwickelt mit entsprechenden Videos. Aber wir bieten in dem Kontext halt auch ein bisschen mehr an. Das heißt, wir haben sogenannte Live Calls, wo unsere Kunden reinkommen können mit ihren Fragestellungen. Und dann beantworten unsere Experten diese Fragen. Das Besondere ist aber, die sind nicht alleine, sondern unsere Kunden, anderen Kunden sind da mit drin. Und dann entsteht ein Community-Gedanke. Also das ist das, was wir aktuell anbieten. Also ich würde das kurz nochmal zusammenfassen, wiederholen. Das heißt, wir bieten einmal ein klassisches Software-Lizenzgeschäft an. Das heißt, Kunden können, wenn sie eine Datenintegrations- und Analyseplattform brauchen, auf uns zukommen. Und auf dessen bieten wir natürlich auch die Implementierung an, aber auch ein entsprechendes Coaching, was es so am Markt definitiv nicht gibt in der Konstellation. Warum können wir das? Weil wir das schon sehr, sehr lange machen. Seit über 15 Jahren sind wir in diesem Bereich tätig. Michael und ich waren in unterschiedlichen Unternehmen. Einmal im Anwendungsunternehmen, in der Konzernwelt, in Mittelstand, in unterschiedlichen Branchen. Dann aber auch mal im Beratungshaus. Das ist auch, was uns letztendlich ausmacht. Wir kennen alle Seiten. Wir kennen die Fachlichkeit ziemlich gut. Wir kennen aber auch die IT-Seite ziemlich gut. Und wir bringen diese Welten einfach zueinander. Das ist das, was wir auch wirklich gut können. So, die neue Wahrheit, das ist das, was ich auch gerade gesagt habe. Wenn Kunden auf uns zukommen und wir zusammenkommen, dann ist tatsächlich nur noch Software-Lizenz. Und obendrauf die Umsetzung, beziehungsweise unser Coaching. Und wir haben immer mehr Produkte entwickelt, die unter der Bimano-Cloud hängen. Das heißt, wir haben klassisch das Business Intentions, meistens aus dem kaufmännischen Sinne. Das heißt, die Unternehmen haben ja immer Fragestellungen, wie baue ich jetzt eine Vertriebssteuerung auf, ein Finanzwesen oder ein Controlling. Das ist ein Klassiker. Das ist gar kein Problem. Das machen wir halt auch mit unserer Software. Dann haben wir aber auch Produkte, die wir anbieten im Rahmen von Industrie für Null. Das heißt, die Produzenten haben unterschiedliche Anlagen im Unternehmen, also in der Produktion. Die müssen zusammengeführt werden. Und dann macht es halt Sinn, diesen Wertschöpfungsprozess komplett abzubilden. Dass man die sogenannten OE-Faktoren sichtbar macht. Also die Qualität der Anlagen, die Verfügbarkeit. Und das können wir halt mit unserer Software-Applikation auch abbilden. Und wir haben tatsächlich sogar noch ein zertifiziertes Energiemanagement entwickelt, was sogar förderungsfähig ist. Und es geht ja weiter. Wir sind gerade dabei, im KI-Bereich ein Produkt zu entwickeln. Also unsere Plattform ist auch schon KI-ready. Das hat die Fraunhofer auch bereits bestätigt. Und da kommen wir bald mit neuen Themen um die Ecke. Da würde ich aber noch nicht so viel verraten. Deswegen suchen wir auch genau für diesen Bereich halt nicht nur BI-Experten, Data Warehouse-Experten, sondern auch KI-Experten, die mit uns gemeinsam das Produkt weiterentwickeln, aber auch in einem großen Forschungsprojekt auch mitarbeiten. Aber das werden wir mal zur anderen Episode machen. Und das mal auch sehr ausführlich erklären. Jetzt habt ihr den Eindruck, was wir machen, womit wir unser Geld verdienen. Wir sitzen im Rheinkreis Neuss in der Nähe von Düsseldorf, haben da unser Büro. Und ja, wir sind auf der Wachstumsphase. Wir haben es ganz gut geschafft, seit 2019 uns zu etablieren, haben namhafte Kunden jetzt bei uns im Bestand. Und wir sehen einfach, dass das Thema Datenintegration immer noch gebraucht wird. Und es wird auch zukünftig gebraucht werden. Also da muss man sich auch keine Sorgen machen. Wenn nämlich alle jetzt hier von KI und Chat-GPT sprechen, schön und gut, aber ohne Daten keine KI. Und das ist genau das, was wir machen. Wir können halt aus komplexen Daten einfache Daten machen. Und wir sagen auch immer gerne, wir sind der rote Teppich für KI, weil wir genau diese Vorbereitung hinbekommen, eine zentrale Datenbasis zu schaffen, wo halt die Daten qualitätsbereinigt sind und diese Daten dann halt auch für das sogenannte Machine Learning auch genutzt werden können. Also jetzt habt ihr einen ganz guten Einblick gekriegt. Jetzt würde ich aber auch gern mal mitgeben, was ist denn eigentlich unsere Mission? Also wir kommen ja aus der Konzernwelt und die Konzernwelt hat einen großen Vorteil. Zum einen hat sie einfach, ja, ist breiter aufgestellt, was auch die Expertise betrifft. Das heißt, das Know-how ist zum Teil ja auch im Unternehmen, um genau solche Datenstrategien erfolgreich umzusetzen. Der Mittelstand hat es leider nicht vom Umfang her. Also von der Anzahl der Mitarbeiter hat es auch schwieriger, solche Mitarbeiter dann auch zu bekommen. Und das ist unsere Mission. Wir wollen halt wirklich dem Mittelstand in die Digitalisierung verhelfen. Das heißt, wir brauchen ja auch Daten, um bestimmte Prozesse zu optimieren, also diese manuellen Wege einfach abzuschaffen. Und das geht immer nur mit Daten. Und wie kriegt man aus diesem ganzen Datenchaos Ordnung rein? Das haben wir uns auf die Fahne geschrieben. Und deswegen ist das so eine Herzensangelegenheit auch für uns zu sagen, auch Mittelständler, die vielleicht nicht die Expertise haben oder das Know-how oder die Ressourcen, die können wir halt mit unserer Software oder mit unserer Plattform unterstützen, weil da halt auch eine hohe Automatisierung, ja, eine Art Low-Code-Ansatz ist. Und wir brauchen nicht unbedingt die Experten. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Das heißt, dass die Mittelständler könnten aus dem Innen heraus sogar Leute abstellen, aus der Produktion oder aus dem Controlling. Und die könnten zum Beispiel die Software eigenständig nutzen, um ein sogenanntes Data-Aware-System aufzubauen. Und das ist wirklich sehr, sehr spannend, weil wir dadurch Geschwindigkeit bekommen. Also auch dann oder beziehungsweise gerade da können Unternehmen genauso wie die Großen ihre Datenstrategie auch im Unternehmen dann auch umsetzen. Ja, was wollen wir? Was ist unsere Vision? Also wenn du interessiert bist und möchtest bei uns arbeiten, dann interessiert dich ja auch, ja, wo wollen die denn hin? Also was möchte denn die Bimano? Also wir wollen der führende Arbeitgeber im Software-Bereich werden. Also wir suchen die sogenannten A-Mitarbeiter, die wirklich Lust haben, mit uns zu wachsen, sie sich mit neuen Technologien auseinandersetzen möchten. Ich finde die heutige Zeit mehr als spannend, also in welchen technologischen Themen wir unterwegs sind, welche Möglichkeiten wir haben. Es ist natürlich, man muss auch aufpassen, man darf auch nicht jetzt überall reinspringen, sondern man muss ja ganz gezielt schauen, was auch wirklich Sinn ergibt, was wirklich auch einen Nutzen im Aspekt der Kosten auch wirklich einen Vorteil bringt. Aber genau da sind wir sehr innovativ. Wir sind eigentlich ein Schnellboot. Das muss man schon sagen, dass wir relativ schnell uns neue Themen aneignen können und einfach mal ausprobieren. Und egal, ob du jetzt sich für den IT-Bereich interessierst, für BI oder KI, ich nehme mal das Beispiel Marketing, allein das, da sind wir sehr, sehr stark drin. Wir machen nicht nur klassisches Online-Marketing, dass wir Blogbeiträge schreiben. Nein, wir sind sehr stark auch im Performance-Marketing unterwegs, in der bezahlten Werbung. Wir haben, wie gesagt, den Podcast wertgeschätzt, den du jetzt gerade hörst. Wir haben unseren YouTube-Kanal, wir haben sogar bei uns im Büro ein Video-Zimmer aufgebaut. Hochprofessionell, wenn man bei uns reinkommt, dann könnte man meinen, wir sind eine Video-Agentur. Warum machen wir das Ganze? Wir produzieren hochwertigen Content. Wir wollen jetzt unseren YouTube-Kanal auch weiter nach vorne bringen. Und das geht einfach nicht, wenn man das mit einer Handy-Kamera macht, sondern wir wollen das schon sehr professionell machen, dass der User auch entsprechende Qualität von uns bekommt. Wir werden jetzt auch die weiteren Social-Media-Kanäle noch weiter ausweiten. Auf LinkedIn sind wir schon ganz gut unterwegs. Aber TikTok ist, finde ich, auch ein Kanal, der, kann ich hier auch ganz offen sagen, sollte sich jeder Arbeitgeber anschauen. Weil wenn ihr Leute sucht, ist das halt ein Kanal, um sich dort auch nochmal zu präsentieren. Da sind halt nicht die Teenies drin, sondern die Altersklassen sind definitiv dort gegeben. Da gibt es auch entsprechende Statistiken drüber. Also das können wir mitgeben. Wir sind wirklich sehr modern unterwegs und wir werden einfach wachsen. Das ist einfach so, das ist die Tendenz. Wir haben in den letzten Jahren einiges erreicht. Und wer Lust hat, beim Arbeitgeber zu starten, das Ganze mitzuentwickeln. Wir haben ja auch flache Hierarchien. Das heißt, die Person wird ja auch einiges von uns mitbekommen, wie wir bestimmte Strategien auch tatsächlich in die Praxis umsetzen. Wir haben auch dort ein tolles Netzwerk an Partnern aus unterschiedlichen Themen. Das heißt, nicht nur das Thema IT ist bei uns im Vordergrund. Auch wir beschäftigen uns sehr, sehr stark mit fachlichen Themen. Unter anderem die Nachhaltigkeit. Das ist sogar eine Herzensangelegenheit von uns. Wir wollen halt auch einen Beitrag leisten. Das wird manchmal zusammengefasst unter Green IT. Und das schaffen wir tatsächlich auch mit unserer Software, weil wir darauf achten, nicht diese Ressourcen zu verbrauchen. Durch die Cloud-Technologien meint ja jeder, es steht unendlich zur Verfügung. Ist ja schön und gut. Aber auch jetzt sollte man ein bisschen darauf achten, auch im IT-Bereich, dass man nicht zu viel Speicherplatz verbraucht, nicht zu viele Ressourcen für die Verarbeitung. Und da achten wir sehr stark darauf. Wir sind gerade dabei, zu überlegen, ob wir unsere Software auch nochmal in dem Bereich zertifizieren lassen. Nicht wegen dem Label, sondern wir wollen einfach auch, also wenn wir schon rausgehen und sagen, wir haben ein Energiemanagement, dann finde ich, haben wir auch die Pflicht aufzuzeigen, dass wir genauso nachhaltig handeln. Und dann ist das für uns genauso wichtig. Ja, warum machen wir das? Also wir wollen, wie ich das schon sagte, nachhaltig auch einen Beitrag leisten. Natürlich auch wirtschaftlich. Also ein Unternehmen, ganz klar, muss Umsätze erwirtschaften. Die Umsätze sind halt auch die Blutader eines Unternehmens. Und die Idee dahinter ist einfach, damit zu wachsen, im Rheinkreis Neuss tatsächlich die Anlaufstelle auch zu werden, sodass wir da mehr Leute einstellen können, mehr investieren können, also in Mitarbeiter, in Weiterbildung, in Produktentwicklung. Das würde uns allen gut tun, aber auch natürlich unseren Kunden, weil die dann natürlich innovativer werden, mithilfe zum Beispiel mit datengetriebenen Geschäftsmodellen ihr Geschäftsfeld erweitern können. Und da würden wir gerne einen wirtschaftlichen, nachhaltigen Beitrag leisten. Also ist uns ganz, ganz wichtig. So, die Digitalisierung hatte ich ja auch gesagt. Ganz, ganz wichtig, wir wollen die Unternehmen anschieben. Was uns aber auch wichtig ist, wenn wir jetzt mal auf die Mitarbeiter gucken, wir wollen loyale Mitarbeiter haben. Da legen wir ganz, ganz viel Wert da drauf. Wir werden, wenn wir uns kennenlernen, sehr intensiv uns kennenlernen. Ihr werdet wirklich von uns erfahren. Das werden wir jetzt in den nächsten Episionen, wo Michael jetzt auch dabei ist, mal alles offenlegen, was uns ausmacht, was uns wichtig ist. Und ja, warum machen wir das? Also wir sehen ja gerade auch diesen Fachkräftemangel. Und viele, ja, habe ich manchmal das Gefühl, haben nicht den Fixstern gefunden und kommen dann vielleicht zu neuen Unternehmen, weil sie irgendwie weg wollen von dem anderen Unternehmen, aber nicht, weil sie es gerne machen, weil sich vielleicht jetzt eine Option bietet. Das wollen wir nicht, sondern wir wollen die Mitarbeiter haben, die Lust haben, ihre Lebenszeit mit uns zu verbringen. Und nicht zu gucken, okay, 9 to 5 und hoffentlich habe ich bald wieder das Wochenende. Also wenn ihr so tickt, dann bitte bewirbt euch auch nicht bei uns. Oder ihr scharf seid auf einen tollen Titel, dann bitte auch nicht. Oder ihr sagt, okay, ich möchte gerne in den Bereich rein, lasst mich mal schnell ausbilden, anderthalb Jahre oder zwei und dann gehe ich halt mal zu einem größeren Unternehmen. Auch da, da haben wir wirklich kein Interesse. Also dass man irgendwann mal vielleicht auseinander geht, völlig okay, aber wir wollen nichts Kurzfristiges. Also auch wir sind bedacht, professionelles und harmonisches Umfeld zu bieten. Und da müssen wir einfach auch die richtigen Mitarbeiter finden, weil das ist auch unfair den anderen gegenüber, die bei uns im Team bereit sind, die Lust auf das Thema haben, das Ganze voranzubringen, weil das bringt nur Unruhe und das wollen wir einfach nicht, sondern wir wollen eine Basis schaffen, wo wirklich langfristig, ja, wo wir langfristig zusammenarbeiten. Ich kann euch auch mitgeben, wir haben kein Interesse, einen Exit vorzubereiten, dass wir sagen, wir möchten die Mimano jetzt mal eben schnell aufblähen. Nee, das Ding soll wirklich langfristig am Markt bleiben und dafür haben wir uns auch committed und da stecken wir wirklich sehr, sehr viel Herzblut rein in den letzten Jahren, sonst wären wir auch nicht diesen Weg gegangen. Der war halt auch steinig, machen wir uns nichts vor. Ihr wisst ja sicherlich, dass auch gerade in der Anfangszeit, wenn Unternehmen gegründet werden, in den ersten fünf Jahren, also es gibt da auch, glaube ich, entsprechende Studien oder Statistiken, dass 80 Prozent der Unternehmen es einfach auch nicht schaffen, das haben wir tatsächlich über die Bühne gebracht. Und wir haben uns dann auch das schwierigste Thema rausgesucht und gesagt, okay, wir bringen auch noch eine Software an den Markt. Das macht es ja Ganze noch komplizierter, weil wir sehr viel in die Software auch investiert haben. Das heißt, wir haben die ganze Zeit, in den letzten acht Jahren, alles, was wir erwirtschaftet haben und konnten, wiederum reinvestiert in Software, in Mitarbeiter, dass wir diesen Switch auch hinbekommen haben. Also ich kann mal ein Beispiel nehmen. In der Corona-Zeit hatten wir zum Beispiel keine Kurzarbeit. Das ging komplett auf unsere Kappe. Also wie viel Commitment soll man denn eigentlich da nochmal mitgeben? Das Gleiche ist natürlich auch die respektvolle Zusammenarbeit mit Kunden und Partnern. Also wir geben wirklich immer sehr, sehr viel und wollen halt auch den gegenseitigen Respekt einfach auch auf Augenhöhe haben. Klar, kann das immer mal passieren, dass das vielleicht dann irgendwann doch nicht mehr passt, aber wir sind immer diejenigen, die immer mehr geben. Und ich finde, das sagt auch einiges über das Unternehmen aus. Also wenn ihr Lust habt und jetzt so langsam vielleicht mal das Ganze interessant für euch wird, dann bleibt doch bei dem Podcast mal dran. In den nächsten Folgen werden wir die einzelnen, ja, die Stellen ein bisschen näher erläutern. Also wie gesagt, ich fasse nochmal zusammen. Wir suchen im Vertrieb, wir suchen im Marketing, wir suchen im Büromanagement und wir suchen natürlich in unserem IT-Bereich insbesondere BI-Leute, Data Warehouse-Spezialisten, aber auch KI-Leute. Und es würde uns wirklich freuen, wenn die Community diese Folge vielleicht mal teilt und sagt, hey, ich habe da einen Podcast gehört, da ist ein Unternehmen aus dem Rheinkreis Neues, die suchen, leitet die doch einfach mal weiter. Oder, was uns ja auch helfen würde, kommentiert, abonniert oder ja, gibt uns vielleicht auch nochmal, ja, bewertet die Folge vielleicht auch mal. Das hilft uns zumindest, das Ganze in die Sichtbarkeit zu bekommen und das würde uns sehr, sehr freuen. Und an diesen Stelle möchte ich mich auch dann an der Community bedanken und dann freue ich mich auf die nächsten Folgen zu diesem Thema. Also wie gesagt, die schalten wir sehr, sehr kurz hintereinander. Seid mir da nicht böse, dass dann mal weniger Content kommt, aber wir wollen ja auch wachsen und je mehr Leute wir bekommen, umso mehr Content können wir auch wiederum bekommen, weil wir wieder neue Eindrücke über die Projekte bekommen. Also wie gesagt, unterstützt uns und das würde uns sehr, sehr freuen. Also an dieser Stelle herzlichen Dank und macht es gut. Bis dann. Tschüss. Jetzt schnell noch abspeichern und dann direkt mehr Wissensschätze finden. Gemeinsam mit den Datenexperten Sven Göllner und Michael Jungschläger in der nächsten Folge von Wertgeschätzt, der Podcast. Warum Datenstrategie den Unternehmenserfolg steigert Mit einem Klick abonnieren und keine Folge mehr verpassen.